Zweite Runde im DFB-Pokal der BVB empfängt Union Berlin. Vor knapp 80.000 Zuschauern, auch über 10.000, sind mit dabei aus der Hauptstadt bei der größten Betriebsreise der Vereinsgeschichte. Wechsel nochmal, Skripski kommt für Simon Hedlund. Und nur eine Minute später diese Ecke für Felix Kroos, Weigel und dann ist er da, Simon Skripski, Ausgleich. Was für ein Treffer von Skripski, der eben zuvor reinkam, Weigels-Abwehr genau auf seine Füße und dann war absolut nichts zu halten für Roman Weidenfeller. Aber den kann man besser auch kaum treffen.